Oh, Scheiße. Ich kann die Uhr nicht aufheben. Ich habe kein Urheberrecht. Was ist das denn da im Schatten? Ah, ein Keks. Das nehme ich mal an. Schattiges Plätzchen. Machen wir uns ein hohes C. Ja, natürlich. Bitteschön. Dankeschön. Ich habe schon wie immer gesagt, Macbook sind einfach krasse Teile. Und jetzt ist endlich seit, nach 15 Jahren Sparen, das Macbook endlich gekauft. Das war natürlich ein bisschen teuer. Bisschen zu teuer dafür. Und ich brauche deswegen jetzt erstmal Geldfilmer. Ich habe aber gehört, immer ein Video von die Hälfte Teile, also irgendeins, die waren immer 50 Euro. Ich wollte auch das Test machen ganz kurz. Alter, wo kam der denn jetzt her? Das ist ja richtig krass. Vielleicht wenn ich das vorspiele. Ich spiele den Song, den ich für meine Beleidigung spielen werde. Jonas ist tot. Motherfuckers. Hä? Was ist das denn da? Und jetzt ist endlich soweit. Ich habe das Macbook Pro 13 so. Also Unboxing. Scheiße, Alter. Komm raus. Da hast du geprankt habt. Wie geht es los? Guck mal, ich mache hier MacOS. Und hier Windows. Das ist natürlich... Irgendwie war ich das. Ich habe jetzt mal auch, ja? Die ziehe ich so runter auf der Tasse. Wenn du es findest und in der richtigen Tasse hochhältst, hast du verhalten. Und dann Ohren zu. Jetzt. Jetzt. Musst du die richtige Tasse hochheben. Und was unter der Tasse ist, darf dann bald. Jetzt. 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 Dankeschön. Das war schade. Ja, das konnte ich ja nicht wissen. Ach echt? Ja. Kaktus. Ist ja eher schlechter geworden. Au. Und Kloßen. Das sieht ein bisschen aus wie Schnee, ne? Also eigentlich kann man das positiv sehen, ne? Papa hat uns noch eine Anrufbeantwortung reingemacht. Das ist richtig krass. Hört euch das mal an. Ich muss ja tatsächlich sagen, ich hasse es. Wenn die ganzen Kabel einfach so komisch rumhängen, dann einfach alles komplett hässlich ist. Also, es ist natürlich alles hier komplett aufgrund. Ich bin grad gegen die Tür gelaufen, weil ich gern behindert bin. Also ungefähr so. Ich bin die Treppe hochgelaufen eben. Auf einer Stufe. Ich war am Fuß hängen geblieben. Hab ich mich hier fast gemault. Dann ist mir eingefallen, dass ich noch was vergessen habe. Wollte wieder zurück gehen. Und dann habe ich so kalt gegen die Tür gelaufen. Ich bin camping natürlich. Was genau? Ich bin ein Scheinwerfer. Ich hab japanische Angst vor Wortwitzen. Hast du Angst vor Geistern? Wenn ja, dann solltest du lieber nicht nach Budapest fahren. Stopp. Was willst du? Kann nicht mein Kanal pushen? Okay. Mein Kanal heißt... Ich glaub ich hab was gewonnen. Das Gischt für Gläser, oder? Also 75 Nutella Gläser gratis. Das ist ja wirklich krass. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal was gewinne. Oh mein Gott. Was mach ich denn dann mit 75? Ikela. Ja. Nutella Gläser nicht Ikea und auch nicht Nutella, sondern doch Nutella ja. Was? Wenn ich kein Belöder. Wenn du jetzt noch dran bist, schreib mal LOL oder SARS in die Kommentare. Und dann gucken wir was gewinnt. Und dann blende ich deinen Kommentar im nächsten Video ein. Mach das mal bitte! Dankeschön! Mh. 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 Oh, ey. Geht jetzt von dem Box verlinkt, da kannst du auch noch klicken, da kannst du ja alle Vlogs angucken am besten. Mein Kanal heißt TIDO. Hoffentlich hat dir das Video gefallen. Wenn dir gerade, kannst du natürlich gerne abonnieren. Und mir geht's nicht so frei bei einem neuen Video wieder. Tschüss. Ah, du Kacke. Tschüss.